Seit über einem Jahr beherrscht die Covid-19-Pandemie unser Leben. Infektionen als unsichtbare Bedrohung erscheinen allgegenwärtig. Schlagzeilen und Schreckensmeldungen verbreiten Unsicherheit und Angst. Doch sagen sie uns nichts über die Ursachen und Hintergründe von Infektionskrankheiten. Wissen ist jedoch die erste Voraussetzung, um mit einer Bedrohung besser umgehen zu können. Mit diesem Video möchte ich Ihnen mein Buch, Sie sind uns näher als wir denken, vorstellen. Es handelt von der Beziehung zwischen uns Menschen und den Mikroorganismen, also Bakterien, Viren, Pilzen, Parasiten. Mit einem besseren Verständnis werden Sie das, was Sie jeden Tag pausenlos hören und sehen, besser beurteilen können. Wenn Ihnen das Buch dabei hilft, würde ich mich sehr freuen. Wir leben in Zeiten, in denen die Angst vor Infektionskrankheiten und dem Tod zum politischen Tagesgeschehen geworden ist. Dieses Buch soll Sie zu einer sachlicheren und gelasseneren Einstellung gegenüber den Schreckensmeldungen bringen, mit denen wir täglich überschüttet werden. Sie erfahren etwas darüber, wie eng wir Menschen mit Bakterien und Viren verbandelt sind und wie wichtig das für unser Überleben ist. Wie die Darmbakterien unsere Gesundheit, Psyche und Erscheinung beeinflussen. Welche Erfolgsstrategien die Mikroorganismen seit Anbeginn der Welt verfolgen. Warum wir Viren und Bakterien nicht ausrotten können, auch wenn das immer behauptet wird. Wie Massentierhaltung und Globalisierung neue Infektionskrankheiten wie Covid-19 fördern. Warum manche Krankheitserreger auch durch Impfungen nicht bekämpft werden können. Wie Coronaviren mit unserem Immunsystem zusammenhängen. Warum das Bestreben nach Zusammengehörigkeit allen Lebewesen von der Bakterie bis zum Menschen innewohnt und Trennung uns nur schadet. Warum wir unser biologisches und kulturelles Erbe unbedingt bewahren müssen. Warum Brudermord, Diebstahl und Betrug auch in der Welt der Mikroorganismen geläufig sind. Haben Bakterien Sex? Wenn sie das Buch gelesen haben, werden sie es wissen. Jeden Tag hören wir etwas über PCR und genetische Tests. Was diese Aussagen und was nicht, lesen sie in diesem Buch. Woher kommt das Leben auf unserem Planeten und wissen wir eigentlich, was das Leben eigentlich ist? Nicht zuletzt werden sie erfahren, warum es sinnvoll ist, kein Materialist zu sein und im Einklang mit den Naturgesetzen zu leben. Als Wissenschaftler und Autor bin ich an über 170 Veröffentlichungen beteiligt. Ich bin Mikrobiologe und habe auf dem Gebiet der Mikrobiologie, Genetik und Diagnostik gearbeitet. Seit 2009 schreibe ich Wissenschaftskrimis und Sachbücher zu den Themen Bakterien und Viren, Bioterrorismus, Seuchenausbrüche, Lebensmittelsicherheit und Nervengifte. Sie sind uns näher als wir denken. Das Buch ist hergestellt im Verlag Book on Demand, BOD. Es ist die zweite und aktualisierte Auflage. Näheres über das Buch und über mich und meine anderen Bücher erfahren Sie auf meiner Homepage lothar-beutin.de Herzlichen Dank!